David Ortega hatte das Sommer-Dschungel-Camp am zweiten Tag verlassen müssen. Schon kurz nach dem Exit kam vielen Zuschauern der Verdacht, dass RTL seine Finger möglicherweise mit im Spiel hatte. Und nun echauffierte sich der Ex-Schauspieler selbst über den Sender. Dschungel-Camp, nach Exit, wieso war David Ortega nie bei die Stunde danach? Nach ganzen 17 Tagen ging das Sommer-Dschungel-Camp, Ich bin ein Star, Showdown der Legenden, am 1. September mit einem fulminanten Final zu Ende, in dem sich Georgina Fleur, 34, nach einer heftigen Essensprüfung den Sieg holen konnte. Wer es nicht mal bis in die zweite Dschungel-Woche schaffte, ist David Ortega, 38. Der einstige Köln-50667-Darsteller wurde nach einem riesigen Streit mit seinen Mitstreitern bereits am zweiten Tag aus dem Camp gewählt, angeblich zumindest. Denn schnell kam bei vielen Ibis-Zuschauern der Verdacht auf, dass David in Wahrheit von RTL aus dem Camp genommen worden sein könnte. Bestätigt ist die Nachricht zwar nicht, dennoch gab es so manche Indizien, die bezüglich des Exits Fragen aufwaffen. Was steckt wirklich hinter David Ortegas Exit? So oder so, rund um das Dschungel-Camp-Final meldete sich David Ortega kürzlich selbst im Netz zu Wort und erhob Vorwürfe gegen die Produktion und den Sender, denn, dem 38-Jährigen fiel allem Anschein nach auf. Dass all seine Mitstreiter nach ihrem Camp-Exit in die After-Talk-Show die Stunde danach eingeladen wurden, um dort mit den Moderatoren über ihre Zeit im südafrikanischen Camp oder über Konflikte zu sprechen, der einstige Schauspieler haben nach eigenen Angaben aber nie eine solche Einladung erhalten. Doch wieso? Ähnlich würde es sich mit dem Dschungel-Podcast verhalten, zu dem er ebenfalls nie angefragt worden sei. Der 38-Jährige selbst weiß offenbar nicht, woran das lag. Man gibt dir so viel Anmerkung, wahrscheinlich Anerkennung gemeint, Anmerkung der Redaktion, und jetzt ist irgendwie eine leere Funkstelle, erklärte David im Netz. Tatsächlich wirft es Fragen auf, dass David Ortega nach seinem Ibis aus nahezu von RTL ignoriert wurde. Was dahinter steckt? Unklar.